Sie haben ein altes Dachfenster und planen eine Modernisierung oder einen Austausch? In diesem Zusammenhang kennen Sie sicherlich die Befürchtungen, dass der Austausch viel kostet, Schmutz macht und lange dauert. Diese Bedenken sind aber völlig unbegründet. Der Fenstertausch ist einfacher, schneller, sauberer und vor allem kostengünstiger als man denkt. Dieser sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, damit das Fenster fachgerecht eingebaut wird. Außerdem gewährleistet Velux bei fachgerechtem Einbau 10 Jahre Garantie auf alle Original-Velux-Fenster, Anschlussprodukte und Innenfutter. Der Austausch eines Fensters durch den Dachhandwerker dauert in der Regel nicht länger als einen Tag. So ist auch gewährleistet, dass abends das Dach wieder dicht ist. Velux empfiehlt beim Dachfensteraustausch auch die Verwendung des Velux-Dämm- und Anschluss-Sets. Ihr Vorteil dadurch ist, dass die neue Fensterdämmung eine noch bessere Energieeffizienz bewirkt. Darüber hinaus ist empfehlenswert, auch die Innenverkleidung auszutauschen. So erreichen Sie einen größeren Lichteinfall für noch mehr Wohnqualität und der Raum wirkt wesentlich moderner und heller. Aber auch wenn die alte Innenverkleidung erhalten bleiben soll, bietet Velux die richtige Austauschlösung.